Klaus, wir sind da! Oh mein Gott, das ist ganz so lustig! Nicht so, was können Drogen mit meiner Kundin machen? Wieso? Drogen sollen doch doof machen. Also, guck ihn dir doch mal an. Ja. Besorg mir einstündige Drogen. Nee. Besorg dir doch mal ne neue Stimme. Jeder der hier steht, würde sagen, du klingst dich voll schwul. Sag die Hunde dann ruhig. Und dein anderer Kollege soll die Frösse halten und sich nicht räuspern. Der ist schon klar, dass du deine Stimme etwas anders... Lass mich sprechen, so wie ich will. Mal tief, mal hoch. Oh Gott, ich glaube der schwul. Oh mein Gott, Fat Man. Ah, Fettspledermäuse. Ich hab gesagt, denn ich treffe ihn hier. Haltet den Schwulen auf. Verricke, Fat Man. Oh, Gellawaii. Töcher der Nächste! Puff, Puff, Puff! Hey Brutzler, steig aus! Ich hoffe, es ist nicht Hulk. Neh, mach auf! Töcher der Nächste! Töcher der Nächste! Vielen Dank.